Ja, es kam eine Meldung, dass es eine scharfe Kontroverse zwischen Friedrich Merz und den Grünen zum Thema Einwanderung gebe. Und das gibt uns die Möglichkeit, mal ein paar wirklich vorläufige Ideen auch zum Thema Einwanderung und so weiter zu sagen. Also auf Twitter werfe angeblich Friedrich Merz den Grünen vor, mit einem grünen Einwanderungsministerium die Einladung von Migranten nach Deutschland planen. Das wäre ja folgerichtig, weil nämlich das unserer Analyse entsprechen würde, dass die Grünen unterwandert sind von der gefährlichsten Sparten der Welt, von den Weltsozialsparten. Das sind die NGOs und die Sozialsparten Deutschlands und dass diese jetzt sich natürlich hineingedrängt haben in die Partei der Grünen und dort natürlich Ideen einbringen, die wir vorteilbringende Irrtümer nennen, die dazu führen, dass immer mehr Sozialfälle in Deutschland entstehen und Migranten und Asylanten und so weiter sind natürlich auch Sozialfälle und bringen Karrieremöglichkeiten, verbessern die Karrieremöglichkeiten von sozusagen von Sozialspartlern aller Art und das ist das Dilemma. Die Grünen sind also Opfer dieser Unterwanderung und sind tatsächlich dabei, dieses Aufplähen der Sozialsparten, ohne dass es ihnen bewusst ist, zu befördern. Und letztendlich den Staat dadurch zu ruinieren, dass immer mehr Sozialfälle von einer immer geringer werdenden Zahl von Arbeitenden und Arbeitsplätzen-Schaffern getragen werden müssen, was dann zu Abwanderungserscheinungen führt, weil sich die Arbeitsplätze-Schaffer und die Arbeiten das natürlich nicht mehr gefallen lassen wollen, dass immer größere Gelder an Sozialfälle, Migranten, Asylanten und so weiter und alle möglichen Sozialfälle gehen, während sie in anderen Ländern nicht so große Abzüge für Sozialfälle und Sozialbürokratien und so weiter bekommen. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding wie immer schneller stellen, mindestens 1,75-fache Geschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Bitte jetzt sofort schneller drehen. Ja, die Grünen halten den Vorwurf für an den Haaren herbeigezogen. Das glaube ich denen auch gerne, weil die sich ja nicht dessen bewusst sind, dass sie von den Sozialsparten unterwandert sind und dass ihre Partei längst die Dienstmarkt für die vorteilbringenden Irrtümer der gefährlichsten Sparten der Welt, der Sozialsparten ist. Denn nichts anderes kann einen Staat schneller ruinieren als die Sozialsparten, weil sie die halbe Gesellschaft in Sozialfälle verwandeln und die dann auch noch verwöhnen dort und unheimlich viel tun, damit die Sozialfälle sich auch möglichst wohlfühlen in der Rolle des nicht arbeitenden Sozialfalles. Und ja, insofern habe ich ja auch schon gesagt, dass was Habeck geäußert hat, zu einer drastischen Erhöhung der Sozialfälle in Deutschland führen würde und so weiter. Ja, und der CDU-Politiker Merz hat ja dann eben angeblich gesagt, ja, ein grünes Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen. Und ja, und auch zusätzlich solle das Land überzogen werden mit der Gendersprache und mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben. Ja, also die Grünen durch diese vielen Sozialspartler, die natürlich ein riesiges Interesse haben, dass Deutschland ein nichtbewusstes Interesse haben, dass Deutschland wirtschaftlich scheitert, soll es natürlich letztendlich dazu kommen, führt das natürlich die Ideen der Grünen, die vorteilbringenden Irrtümer führen natürlich letztendlich die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler führen letztendlich dazu, dass die Kosten für die arbeitenden Teile der Gesellschaft immer riesiger werden, weil sie den riesigen Sozialapparat bezahlen müssen. Und ja, und die Grünen wollen Themen rund um Gleichberechtigung und Teilhabe in einem eigenen Ministerium bünden. Dazu werden wir die Aufgaben der Einwanderungsgesellschaft aus dem Innenministerium hera auslösen, heißt es im Wahlprogramm. Also, naja, ich würde mir von Friedrich Merz wünschen, dass er es mal mit eigenen Vorschlägen probiert, dann streiten wir gerne darüber, schrieb der Geschäftsführer der Grünen oder Generalsekretär, Bundesgeschäftsführer heißt er. Und ja, Menschen mit Migrationsgeschichte sind für die Union nur dann Teil dieser Gesellschaft, wenn es gerade passt. Sobald es schlecht läuft, werden sie als Feindbild instrumentalisiert. CDU-Generalsekretär Zimjak hatte die Idee eines Ministeriums für Einwanderungsfragen zurückgewiesen. Wir brauchen kein grünes Multikulti-Ministerium, in dem linke Aktivistinnen und Aktivisten ihre Agenda umsetzen. Das ist der große Irrtum jetzt von der CDU. Das sind eben keine linken Aktivistinnen, sondern Sozialspatler. Das sind also Berufsgruppen, die ein Interesse an möglichst vielen Asylanten und Migranten haben, weil sie persönlich sich daran bereichern können und Karriere machen können. Aber Zimjak schrieb weiter, wir müssen Migration wirksam ordnen und steuern. Ja, und da ist aber die Aufforderung richtig. Hier steht es nochmal als Twitter-Sache. Wir brauchen kein grünes Multikulti-Ministerium. Wir müssen Migration wirksam steuern, ordnen und steuern. Bei der Integration setzen wir auf fördern und fordern weder Migration noch Klimaschutz gelingen mit dem grünen Fetisch für Bürokratie. Ja, ich meine, die Grünen packen halt alles falsch an. Ich will nur die Partei, die Kompetenzpartei ist ja in der Lage überhaupt sozusagen das Klimaproblem kompetent zu lösen, werden die Grünen es falsch lösen und damit viel mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und wenn man das nochmal hier zurückzieht, dann war das ja die Aufforderung der Grünen. Ich würde mir von Friedrich Merz wünschen, dass er es mal mit eigenen Vorschlägen probiert. Dann streiten wir gerne darüber. Ja, und da sage ich jetzt doch mal, welche Ideen ich persönlich habe. Also ich spreche jetzt ja immer, wenn ich über solche Themen spreche, spreche ich ja grundsätzlich nicht über den Weltrat und seine Sichtweise oder die Next Scientists for Future und ihre Sichtweise, sondern über meine ganz private Sichtweise, die eben sagt, auch wir Linken, wir Linken können auch, deswegen hat übrigens auch die Kompetenzpartei solche Punkte noch gar nicht in ihrem Wahlprogramm drinstehen, sondern wie auch wir Linken, wir können das Asylproblem lösen als Linke. Dazu braucht es keine AfD. Wir sollten also, sie sollten sofort die AfD abwählen und nicht mehr wählen, weil wir brauchen keine Rechtsradikalen, um das Asylproblem zu lösen. Das geht, das können auch die Linken, nämlich indem sie erkennen als Kapitalismuskritiker und die Linken, wie wir, die auch vom urmatriarchalen, pazifistischen Bonobox-Schenker-Kommunismus sprechen, also von dem echten Kommunismus, einem Leistungs- oder Wettbewerbs- und Konkurrenzkommunismus sprechen, im Gegensatz zu einem, den Pseudokommunismen und Pseudosozialismen, die hoffentlich niemand mehr ernst nimmt, außer den verrückten Linksextremisten, die immer noch von sowas träumen, weil es halt schön primitiv ist, einfach die Reichen umbringen und dann entsteht das Paradies auf Erden so ungefähr oder enteignen oder sonst was und in Lager stecken oder was auch immer. Also wir Linken können das auch. Wir müssen also erkennen, dass die Sozialsparten sich in kapitalistischer Weise an der Gesellschaft bereichern und dafür sowohl den Arbeitnehmern also quasi riesigen Schaden zufügen und das sozusagen soziale Politik ist, die Sozialsparten den neuen Anreize zu geben, dass sie aufhören, die Gesellschaft zu zerstören. Das ist linke Politik. Und das macht man. Wie macht man das? Ja, ich gucke mal gerade hier nach dem entsprechenden Bild. Ja, zum Beispiel hier ist das Krisengebiet Syrien. Dann baut Deutschland, Deutschland macht immer den Vorreiter wegen der besonderen historischen Schuld Deutschlands und baut eine kleine Asylanlage auf, zum Beispiel mit 83 Plätzen für 83 Millionen Bürger und guckt dann, ob die USA zum Beispiel hier mit 330 Plätzen, also immer für eine Million USA-Bürger auch eine faire entsprechende Asylanlage aufbaut und ob China mit 1,1300 Asylplätzen oder 1400 Asylplätzen für 1,4 Milliarden Menschen Bevölkerung, also 1400 Millionen Menschen ihre Asylanlagen aufbaut und nur dann, wenn alle anderen Staaten der Erde hier lauter ihre Asylanlagen, alle, denen es in irgendeiner Weise zuzumuten ist, sich an der Weltgemeinschaft zu beteiligen, Frankreich, die ganzen europäischen Staaten und so weiter, alle reichen Staaten, alle etwas, alle Staaten, die ein bisschen was haben in der Welt, wenn die sich beteiligen, dann lässt Deutschland diese Asylanlage mit 83, Millionen bestehen und wenn alle anderen Staaten nachgezogen haben, die dafür in Frage kommen, dann baut Deutschland seine Asylanlage aus, nochmal 83 Plätze und guckt wieder, was mit den anderen geschieht, ob die auch sofort nachziehen und aufstocken und so weiter und wenn nicht, baut Deutschland seine Asylanlage ab und es läuft so, von Syrien gibt es nur einen Weg rein in die Asylanlage und wieder nach Hause zurück. Es gibt also no way nach Deutschland. In Deutschland wird es kein Asyl mehr geben, sondern das Asyl wird immer direkt in der Nachbarschaft, in den Asylanlagen realisiert und damit ist das alles Entscheidende gegeben. Dadurch kommt es nicht mehr zur Wirtschaftsmigration, weil der Lebensstandard in den Asylanlagen und dem unteren Standard hier in Syrien entspricht, also sozusagen die Leute hier nicht verwöhnt werden in den Asylanlagen und deswegen auch niemand aus wirtschaftlichen Gründen dahin kommt und die Leute belügt, indem er behauptet, er sei verfolgt oder irgendwas, in Wirklichkeit nur sein wirtschaftliches Heil sucht sozusagen. Dieser Betrug wird dadurch unterbunden, der Asylbetrug wird dadurch unterbunden und es wird nicht mehr stattfinden, ganz einfach, weil die Anreize jetzt so stehen, dass es den Asylbetrug nicht mehr geben wird, den Asylbetrüger auch nicht mehr geben wird und ich finde, das ist gut so, das ist gute linke Politik und dann kann endlich diese verrückte AfD, die rechtsradikale AfD verschwinden. Und das wünschen wir uns Linken uns doch. Und von daher, ja und dann, jetzt ist die Frage, wie ändern wir das Einwanderungsgesetz, generell das Migrationsgesetz, dass es nur so ist, dass überall an deutschen Außenstellen, nicht nur in den Asylanlagen, sondern auch in den Botschaften und so weiter, da kann man dann per Online sich talken mit deutschen Unternehmen und Arbeitgebern generell in Deutschland und wenn jemand von der Qualifikation einer Person begeistert ist, und da ein Vertrag geschlossen wird, ein Arbeitsvertrag, dann kann so jemand nach Deutschland einwandern, dann freuen wir uns über die guten Gene, zum Beispiel einer hübschen schwarzafrikanischen Gesundheitswissenschaftlerin und Forscherin, die uns ihre guten Gene und ihre guten Ideen nach Deutschland einbringt und die dann mit länger hier Lebenden, in Deutschland Lebenden, ohne dass die Gefahr der Bildung einer Parallelgesellschaft entsteht, mit der Ursprungsbevölkerung zusammen Kinder hat, dadurch ihre guten Gene in unseren Genpool einbringt und dadurch sozusagen den Intelligenzdurchschnitt uns Deutschlands anhebt, positiv und uns Nutzen bringt, was ja auch die CDU angedeutet hat, dass sie gesagt haben, ich gucke gerade noch mal, was sie gesagt haben, Moment, jetzt muss ich erst mal das hier korrigieren, was hat der CDU-Mensch gesagt, wo ist es mit der CDU, ja unabhängig soll möglichst viele, Friedrich Merz hat er gesagt, ein grünes Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer quasi, ich würde sagen, nicht nur einladen nach Deutschland, einladen und einschleusen im Sinne des Profits für die Sozialspartler, unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland, ja, also wir achten dann durch das neue Einwanderungsgesetz achten wir und deswegen braucht man auch nicht mehr die CDU zu wählen, weil deren Vernunft ja auch die Linken können, ja, dass eben hier diese, diese ist integrationsfähig und und ist nützlich für Deutschland, bringt uns gute Gene ein und so weiter und ja, und insofern ist das ein reiner Gewinn für uns und da, sobald sie anfängt, eine Parallelgesellschaft auszubauen, weil sie zum Beispiel mit einem Bürger mit schwarzafrikanischer Hintergrund, sozusagen Migrationshintergrund, eine Parallelgesellschaft aufbaut, also mit diesem Kinder bekommt, dass dann in dem Moment muss, erlischt sofort die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland und die, die, die Person, die quasi versucht hat, eine Parallelgesellschaft aufzubauen, die also gar nicht sich bemüht hat, sich hier zu integrieren und die Deutschen oder oder deutsche Bürger zu lieben, sondern nur mit anderen Menschen, mit Migrationshintergrund, eine Parallelgesellschaft aufzubauen, das wird dann gleich eben Keime unterbunden, in dem eben dann die Aufenthaltserlaubnis sofort erlischt und dann haben wir das Problem gelöst und wenn wir jetzt noch dahin gehen, dass wir sagen, hier, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Partei, die Kompetente, würde dabei bleiben, dass sie die Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft wie die Next Scientists for Future sie empfehlen, praktiziert, dann haben wir ja ein monatliches Plus für alle Arbeitenden in der Gesellschaft, also für die Arbeitnehmerinnen und alle anderen Arbeitenden in der Gesellschaft, von netto steuerfrei circa 700 Euro plus im Monat und dann kann sich natürlich die Gesellschaft auch im Rahmen zum Beispiel eines großen Volksentscheides dazu entscheiden, einen Teil dieser 700 Euro für das Zurückkaufen von Staatsbürgerschaften, von Parallelgesellschaftlern zu verwenden und dann können wir auch alle existierenden Parallelgesellschaften, die der Gesellschaft sicherlich nicht gut tun, die Staatsbürgerschaften zurückkaufen, das ist ja dann quasi eine Starthilfe für die Rückkehr ins Heimatland und dann werden wir das Problem der Parallelgesellschaften los und dann braucht es keine AfD mehr, denn ich glaube, dass das der einzige Grund ist, weil die linke Politik bis jetzt an dieser Stelle versagt hat und sich von den Sozialspatlern hat infizieren lassen und unterwandern lassen sozusagen, so wie die Grünen unterwandert sind von den Sozialspatlern, dass da eben sozusagen die Lösung liegt und wir dann diese Probleme nicht mehr haben und wir dann auch keine Rechtsradikalen mehr wählen müssen, sozusagen die 15 bis 20 Prozent, die aus Verzweiflung die AfD wählen, aber nicht, weil sie rechtsradikal sind. Ja, also, ich bitte hier unten rechts schneller drehen, Schluck Wasser. Ja, und ansonsten haben wir jetzt noch in der heutigen Tagesschau das, ja, dann noch ein paar Bemerkungen, also ich werde es jetzt aufgeben, ich habe jetzt genügend Zeit verloren an die gemeingefährliche, weltweite Esoteriksekte, die überall natürlich sich reindrängen und das Schlimme ist, dass Menschen, die sich um, es gibt ja zwei grundsätzliche Strategien, wie man also sozusagen den idealen Staat aufbauen kann, man kann es politisch versuchen, über Parteien und so weiter und man kann es versuchen, über den Aufbau von Kommunen, Kommunen, das heißt Kommune-Projekten, wenn dann aber zum Beispiel ein Esoteriker zum Beispiel hier in einer Kommune ist und versucht, Leute zu finden für die Kommune, dann wird er nach dem Motto, dass Menschen, die die gleichen Irrtümer im Kopf haben, ziehen immer Menschen mit den gleichen Irrtümern an, weil die die gut finden. Menschen mit den gleichen Irrtümern finden sich gut und dadurch zieht natürlich ein Esoteriker leider immer nur völlig ungeeignete andere Esoteriker an und schreckt alle vernünftigen Leute ab, die geeignet wären für eine Kommune und die vielleicht sogar wirklich über eine echte Gemeinschaftsfähigkeit verfügen würden, ab und dadurch kommt das natürlich zum Scheitern und das zeigt sich dann auch, dass solche Esoteriker zum Beispiel dann eben nicht die systematische Begleitung durch Nicht-Esoteriker wünschen und dadurch ist die Kommune Versuche alle zum Scheitern verurteilt und das kann nicht funktionieren. Ich sage nochmal einmal was zu dem Wahnsinn der Talkshow. Übrigens in der Sendung 900 unten in der Infobox sind glaube ich drei oder vier Links, wo nochmal ganz klar gesagt wird, dass die Esoterik zum Beispiel eines Frithjof Capra, eines Pseudophysikers sozusagen, der über Pseudo-Quantenphysik spricht und schreibt und spricht, dass solche esoterischen Irrtümer, das können Sie da alles nachlesen, mal drei oder vier Artikel über diese esoterische Fantasterei. Also ich würde sagen, Esoterik zerstört alles, ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und ich will damit versuchen, auch möglichst wenig zu tun zu haben in Zukunft, weil das zieht einen nur runter, weil das eine Sackgasse ist. Ich sage nochmal eine Sache dazu zu der letzten Talkshow, zu der gestrigen, ja zur 800, nee zur 900, zur Nummer 900. Wenn die Gene ein Memory oder ein Gedächtnis wären, wo sind dann bitte in der Ontogenese des Menschen, also wenn das Baby im Mutterleib heranwächst, wo es ja so ein bisschen, so ein paar Reminiszenzen, an frühere Evolutionsphasen geben mag, die aber nichts bedeuten, die bedeutungslos sind aus naturwissenschaftlicher Sicht. Denn wenn das Ganze, wenn die Gene nämlich wirklich ein Memory wären, also hier, wenn beim Heranwachsen das Ungeborenen wirklich da ein Memory wäre, wo sind dann bitte schön zum Beispiel die Gorilla-artigen, riesigen Eckzähne als Durchgangsphase, sind ja nicht da, ja, sind auch gar keine Zähne da, also ist das, wie das Kind heranwächst, sagt uns nichts aus über die wirkliche Evolutionsgeschichte der Menschheit, in der unsere Urgroßeltern riesige Eckzähne hatten, vor 13,8 Millionen Jahren bis höchstens vier Millionen Jahren, und das ist solche, das ist alles Pseudo-Naturwissenschaft, dass man denkt, es gab mal einen Wissenschaftler, der wohl so fantasiert hat, dass quasi die gesamte Evolution nachvollzogen würde. Dabei kommen nur einige Dinge vor beim Aufbau des Kindes, die vielleicht gewisse Ähnlichkeit mit früheren Durchgangsphasen oder mit dem Aussehen mancher uns, mancher weniger unserer Urgroßeltern in der Evolution zu tun haben, aber daraus lässt sich nichts ableiten, weil das mehr oder weniger zufällig ist, wo es diese Reminiszenzen, diese Anklänge an frühere Evolutionsphasen gibt und wo eben nicht, ja, und Beispiel sind die großen Eckzähne, ja, wo sind die bitte schön in der Ontogenese dieses Ungeborenen hier, in seiner Entwicklung und so weiter, ja, also, also flackern nur manche Aspekte unserer Evolution auf, aber das sagt nichts aus, es ist keine vollständige Historie der Menschheit in den Genen, ja, und deswegen ist das alles Unfug. Es gibt da einige, einige Reminiszenzen, einiges aufflackern, aber das ist keine, ist kein Geschichtsbuch der Menschheit, ne, ja, und dann, ja, und ich werde mich in Zukunft darauf beschränken, dass ich eigentlich auch in diesen Talks, wo dann leider auch immer irgendwelche Esoteriker teilnehmen, dass ich einfach erzähle, durch welche, durch welche, sozusagen, naturwissenschaftlichen Dinge bin ich überzeugt worden, dass die katholische Erziehung, die ich als Kind genossen habe, ein Irrtum ist, und dass die Naturwissenschaft Wahrheit wahrer ist und realistischer ist und zu einer, besser zu einer glücklichen Welt führen kann als alles andere und das werde ich dann einfach nur immer wiederholen und unterrichten in aller Kürze und kann dann nur hoffen, dass vielleicht der eine oder andere auch eine Entwicklung weg vom, ja, sei es, religiösen, esoterischen, sektenmäßigen, esospiro-psychosektentum sich wegentwickelt und auch zur echten Naturwissenschaft findet, wie sie, das muss ich nochmal dazu sagen, für uns ist echte Naturwissenschaft beginnt erst 1980 mit Richard Dawkins im egoistischen Gen, seine Kapitalismuskritik, und die er leider aber nie weiter verfolgt hat und die viele Naturwissenschaftler übersehen haben, also ich rede von echter Naturwissenschaft nur vom Weltrat der Weisen und den Next Scientists for Future und alles andere ist für mich keine echte Naturwissenschaft, sondern da werden ganz viele Irrtümer auch mitgeschleppt, ja, denn überall sonst, weil da der Einfluss zum Beispiel der Konzerne auch zu groß ist und so weiter, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sowohl die Partei, die kompetente Partei des Gemeinwohls, also sowohl die Partei als auch der Weltrat und die Next Scientists for Future von außen nicht einen einzigen Cent annehmen dürfen, damit sie nicht genauso korrumpiert werden können, wie die Pseudo-Naturwissenschaft unserer Pseudo-Universitäten, die in Wirklichkeit Einfallstore für Konzerne sind, für Konzernideologien und Vorteilbringende Irrtümer der Konzerne. Ja, und wie gesagt, ich will versuchen, in Zukunft wieder die Leute zu faszinieren und ihnen klarzumachen, sie sollen sich doch mal stundenlang diese ganzen Videos über den Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, die Entstehung der Galaxien vor 10 Milliarden Jahren, vor 5 Milliarden Jahren des Sonnensystems im Rahmen der Galaxie Milchstraße vor 3,5 Milliarden Jahren der Materie, der bedeutungslosen Materie Spielerei, die wir Leben nennen, zu erkennen, dass da eben DNS-ähnliche und heute DNS-Moleküle des Oxidiremonukleinsäure da einfach Spielereien treibt, die sich eben irgendwie bewegen können, die sogar Informationen verarbeiten können und das subjektiv als Denkfähigkeit empfinden und so weiter und ja, dass solche Materie ist halt möglich in diesem Universum, ja, dieses Universum ermöglicht halt nicht nur, was weiß ich, Mondgestein und Staub und Mondstaub, sondern es ermöglicht halt andere Formen des Staubes, die sich auch bewegen können und die in der Illusion leben, dass sie denken könnten und so weiter, ja, und die kommunizieren können und so weiter, aber das ist alles nicht aufregend, das ist einfach nur Spielereien der Materie und wenn man das erkennt, befreit das auch unheimlich ungemein, ja, und wenn man dann sich betrachtet, dass vor 65 Millionen Jahren hier dann, also 0,065 Milliarden Jahren, 65 Millionen Jahren, ja, die Dinosaurier aussterben, relativ zeitgleich zu einem Meteoriteneinschlag und dann der Aufstieg der größtgroßen Säugetiere, also von uns begann, sodass wir dann also sozusagen vor 13,8 Millionen Jahren dann auch den Aufstieg der menschenähnlichen Säugetiere erleben, also die Baumbewohner, große Säugetiere auf den Bäumen mit vier Händen, von denen die unteren dann immer mehr zu Lauf Füßen, also quasi sich allmählich umwandeln und so weiter auf den Ästen laufend sozusagen und dann ja, letztendlich die Evolution stattfindet und vor fünf Millionen Jahren dürfte dann der aufrechte Gang ziemlich gut fertig gewesen sein, vor vier Millionen Jahren dürfte der Abbau der Vernuss der Eckzähne, der großen Gorillaartigen und damit der Sozialform, der Gorilla Sozialform dürfte übergegangen sein in die Bonobo Sozialform, den urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker Kommunismus, also wo quasi ja durch diese Lebensform Kindstötungen verhindert wurden, Konflikte, es gab keine Rivalenkämpfe, keine Kindstötungen mehr, also alles vorteilhafte neue Evolutionsergebnisse und dann vor 2,5 Millionen Jahren die erste, die Erfindung von Technik, die erste Möglichkeit mit Waffen auch umzugehen und so weiter, Steinmesser, Steinexte und so weiter vor 2 Millionen Jahren, dann Homo Erectus, der also dann noch mal die Körpergröße sich stärker anglich, sodass also auch dieses Gorilla-Männer doppelt so schwer wie die Gorilla-Frauen immer weiter zurückgingen, fast in Richtung, also fast auf eins zu eins, wodurch nochmal quasi wahrscheinlich der urmaterialiale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus als unsere natürliche Lebensform gefestigt wurde und dann vor 1,7 Millionen Jahren dürften wir sozusagen das Fell verloren haben, außerdem wächst in dieser Zeit unser Gehirn durch die Technik und durch die Nutzung unserer feingliedrigen Hände, die befreit waren von den Klettertätigkeiten, wuchsen also unsere sozusagen unsere ja letztendlich unsere Gehirne, weil wir mit den feinen Händen diese Gehirne auch in Ressourcen, in Futter umsetzen konnten, in Nahrungsbeschaffung umsetzen konnten und dadurch konnten wir diese immer größer werdenden Gehirne auch ernähren und ja und dadurch entfernten wir uns in der Gehirngröße und in dem Fell von den Bonobos sozusagen unseren engsten Verwandten, unseren Brüdern und Schwestern sozusagen in der Natur und ja und vor 400.000 Jahren erfanden wir dann Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und später besonders den Ferntauschhandel und ab dem Moment spätestens war dann der Kunde nur noch Opfer, das einen nicht interessiert egal ob er danach mit dem was wir im Verkaufen stirbt und krank wird völlig egal Hauptsache man hat einen Tauscherfolg erzielt und hat den anderen abgezockt und das ist also quasi vor 400.000 Jahren wurden die Grundprinzipien des heutigen Kapitalismus erfunden und das andere sind alles bedeutungslose Details von Leuten die nicht verstehen dass schon die Anfänge des Kapitalismus schon 400.000 300.000 140.000 Jahre mindestens alt sind und dann ging es weiter mit den ja wo ist es mit den 400.000 Jahre dann haben wir die 300.000 Jahre da gibt ein Professor schon die Erfindung des Ferntauschhandels an ein Professor Friedemann schränkt erst bei 140.000 Jahren dann haben wir hier vor 170.000 Jahren eventuell den Beginn des Frühärztetums des Schamanentums und also dieser Industrie sozusagen und dieser kapitalistischen Industrie und der Bildung ihrer eigenen vorteilbringenden Irrtümer das heißt sie sehen die haben alle unendlich viel Zeit gehabt vorteilbringende Irrtümer anzuhäufen mit denen sie die Weltbevölkerung abzocken können wie zum Beispiel im aktuellen Gesundheitsskandal und ja und so dann haben wir hier vor 140.000 Jahren wie gesagt der späteste Zeitpunkt oder den den Professor Friedemann Schrenk nennt der Erfindung der Erfindung Ferntauschhandels und dann vor 100.000 Jahren ungefähr die Auswanderung aus Afrika also wir sind alle Schwarzafrikaner das ist ja das Hauptargument auch gegen den Rassismus gegen diese Seuche des Rassismus wir sind alle genetisch Schwarzafrikaner die nur ein paar neue Gene bekommen haben die unsere Haut ein wenig aufhelten ja wir sind also alle Schwarzafrikaner was soll da dieser Schwachsinn des Rassismus ja und dann geht es weiter hier mit zehntausenden Jahren dann haben wir vor 40.000 Jahren allmähliche Erfindungen von Geld von Ackerbau und Viehzucht bahnt sich allmählich an was haben wir hier vor 10.000 Jahren dann die hochblütete Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht und so kam es dann zur massenhaften Gesundheitszerstörung Schwächung der Immunsysteme durch diese krankmachende denaturierte Ernährung und so weiter die ja heute können sie ja im Supermarkt studieren die Hochblüte der heutigen krankmachenden denaturierten Billignahrung die die größten Profite abwirft die die Leute am meisten esssüchtig macht und die Gesundheit der Weltbevölkerung am massivsten schädigt weswegen wir ja eine Gemeinwohl Gesellschaft GWG und Gemeinwohl Wirtschaft GWW brauchen vielleicht konkret die GWO unsere GWO die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung ja ja und dann ja dann eben erzähle ich demnächst in den Talkshows nur noch hier was über ja noch hier nochmal die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahre und wir sind hier wir sind schon degeneriert weil wir seitdem etwa 0,15 Liter also fast ein Bierglas voll Gehirnsubstanz verloren haben weil wir eben von überall solche Parteien wie die Grünen haben und Sozialspartler infiziert von den Vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler die immer mehr quasi ja wo kann ich das zeigen immer mehr letztendlich dafür sorgen dass wir immer mehr Menschen mit niedriger Intelligenz und kleinen Gehirnen bekommen die dann eben aller Wahrscheinlichkeit nach wieder nur Kinder in die Welt setzen die auch wieder Sozial Fälle werden die dann Karriere ermöglichen und Gewinne ermöglichen für Arbeitsamt Mitarbeiter andere Sozialspartler und so weiter und dadurch wird die gesamte deutsche Gesellschaft wirtschaftlich ruiniert und Deutschland ist auf dem Kurs des Römischen Reiches nämlich des Niederganges weil auch die hier irgendwann die Nase voll haben und abwandern ins Ausland gerade ein Nachbar hier der überlegt also ganz ernsthaft wie er auswandern kann weil er es nicht mehr erträgt diesen ganzen Mist hier mit zu finanzieren dieses ganze die ganzen Sozialfälle mit zu finanzieren und ja und das sind ja die gefährlichsten Sozialsparten das sind die Welt Sozialsparten da wird immer versucht Geld aus ihnen liebe Wählerinnen rauszuholen für irgendwelche Wahnvorstellungen und Profitmöglichkeiten von Geschäftsführern von Spenden Erbettelungs und Spenden Erpressungsorganisationen ja das ist der Weg das heißt diese sind nicht Teil der Lösung des Klimaproblems sondern sie sind höchstwahrscheinlich Teil des Klimaproblems denn sie vergrößern laut Professor Hans-Werner Sinn ist der Effekt von Fridays for Future und Greta Thunberg und Scientists for Future dass sich wenn wir mal die Effekte von Corona abziehen dass sich der CO2 weltweite CO2 Ausstoß durch diesen Einfluss dieser Organisation eher vergrößert hat als verkleinert hat also sie sind Teil des Problems nicht Teil der Lösung es sind aus meiner Sicht kapitalistische Geschäftsmodelle wo es ums Abzocken der Weltbevölkerung geht und nicht um die Lösung des Klimaproblems da sind wir uns ja ganz sicher denn unser Angebot konnte nur ausschlagen wer entweder strunzdumm ist das können sie sich entscheiden entweder strunzdumm ist also rechtsradikal linksradikal ist und wir sehen ja die Fridays for Future und Scientists for Future als eine rechte kapitalismusfreundliche konservative rechte Organisation an ja die manchmal so tut als wäre sie links aber ist nie wahr also entweder sind die strunzdumm ja oder sie sind kluge Geschäftemacher kapitalistische Geschäftemacher die natürlich jede Lösung des Klimaproblems so gut wie möglich verhindern damit der Spendenfluss an Fridays for Future und Scientists for Future und an Greta Thunberg auch munter weiterläuft so wie ja die Greta Thunberg etliche Preise gewonnen hat das sind ja auch Spenden an Greta Thunberg da bereichern sich halt die Leute daran ja und von daher das werde ich jetzt demnächst in diesen Talkrunden mit wo sobald ein Esoteriker vorhanden ist werde ich mit denen gar nicht mehr diskutieren sondern werde unterrichten was mich faszinierendes die echte Naturwissenschaft gelehrt hat die allerdings erst ab 1980 begonnen hat alles vorher ist da gibt es wichtige Inspirationen aber da ist sozusagen ja nö das brauchen wir alles nicht denn wie gesagt wir haben ja alle mittlerweile ein bisschen Bedenken dass vielleicht die Bevölkerung gar nicht bereit dafür ist die Arbeitsteilung im Bereich der Politik aufzugeben ich glaube der Bevölkerung würde es reichen wenn die Kompetente die Partei des Gemeinwohls dafür sorgt dass wir einen basisdemokratischen Dauervolksentscheid mit der Wohlfühlstimme zum Beispiel bekommen und wir dann die Arbeitsteilung zwischen zwischen hart arbeitenden Berufstätigen und hart arbeitenden Politikern aufrechterhalten können zum Nutzen aller ja und jetzt zeige ich noch kurz hier was haben wir denn hier noch hier haben wir einmal unsere Homepage das sollten Sie also auch mal wieder reinschauen Next Scientists for Future und mal gucken da ist das schon angedeutet und da finden Sie auch den Link zur Partei wobei man weiß es nicht die Google also die Browser neigen dazu manchmal diesen hochseriösen Beepworld.de irgendwie als nicht sicher zu bezeichnen was ja nicht stimmt sondern wir haben noch nie eine Unsicherheit erlebt die hatten das Pech aber da sind zum Beispiel vor ein paar Monaten ist deren Serverzentrum abgebrannt aber da sind ganz viele andere genauso seriöse Homepage Anbieter und Server abgebrannt also das betraf neben Beepworld ganz viele andere hochseriöse Anbieter und das ist auch zum Glück alles repariert worden und es ist fast nichts kaputt gegangen also es ist fast kein Schaden übrig geblieben sozusagen alle Homepages funktionieren fast alle wieder völlig einwandfrei und die ja und da sehen Sie ja auch unsere vier gemeinsamen Auftritte mit die Basis können Sie alles anklicken teilweise waren wir ja direkt eingeladen von die Basis und zwei davon direkt eingeladen und zwei waren ein Aufeinandertreffen mit die Basis es gab es auch ja noch Talks wo ich mit Professor Martin Schwab aufeinander getroffen bin der ja auch beim Corona Ausschuss eine große Nummer ist sozusagen aber die waren nicht so erquicklich diese Talkshows weil da zu viele Gleichgesinnte die aus meiner Sicht in Fantasterei Welten lebten und ich der einzige echte Naturwissenschaftler war und da hatte ich natürlich einen schweren Stand und deswegen es waren diese Sendungen nicht so besonders erwähnenswert ja also und Sie können hier alles anklicken hier sehen Sie übrigens nochmal die Riesenleistung von Richard Dawkins die gewürdigt sein muss der erste naturwissenschaftliche Kapitalismus Kritiker der diesen Weg leider aber nie weiter verfolgt hat weswegen er leider nicht so bedeutsam ist wie der Weltrat und die Next Scientist for Future wo man durch diese Tür hindurch gegangen ist die Dawkins nur mal kurz aufgestoßen hat und dann wieder hat zufallen lassen ja und dann haben wir hier noch auf dem anderen hier auf dem anderen Browser haben wir die Partei die Kompetente dann sehen wir hier zum Beispiel jetzt auch finden Sie hier auch dann die Einladung immer zu den nächsten Talkshows die nächsten Talkshows da haben wir einen Termin am 18. kommt die soziale Dreigliederung zu uns und zwar zur Partei wobei wir nur die technische Durchführung durchmachen weil die Partei noch keinen eigenen Technikapparat hat noch kein eigenes Technikstudio quasi hat wie wir es hier haben und deswegen stellen wir ihnen das natürlich da wir haben ja zum Beispiel die Basis Partei unterstützt mit wahrscheinlich circa 15.000 Euro Werbung für die Basis haben wir gemacht im Internet aber auch das wird nicht aus bei weitem nicht ausreichen um die Basis über 5% zu bringen und jetzt unterstützen wir ja nicht mehr die Basis weil wir daran nicht mehr glauben nicht mehr richtig glauben sondern wir unterstützen jetzt nur noch diese neue das Orga Team dieser neuen Partei und da werden ja auch Mitglieder das ich habe jetzt die Zusage von mindestens einem Mitglied des Orga Teams der neuen Partei des Gemeinwohls weil sie ja auch eine Frack Partei eine freie Argumente Kultur lässt und das verdeutlichen wir wieder in den Talkshows dass bei uns auch mit der völlig neuen Qualität debattiert wird wie es es in keiner anderen Partei der Welt gibt ja und dann ja und hier sind so die technischen Informationen über den Ablauf der Talkshow und so weiter ja alles hier drin nur die Codes die muss man sich da müssen sie bei uns anrufen oder eine Mail schicken und dann wir telefonieren mit der Telefonierung und wir telefonieren und nur wenn wir sie als seriösen ernstzunehmenden Menschen zum Beispiel nicht als Esoterik Sektenspinner erkennen dann können sie teilnehmen an der Talkshow und denn ja und und dann und wenn wir sehen dass sie gute Fragen stellen können und gute Gegenargumente haben sachliche Gegenargumente die nicht nur auf ja alle Naturwissenschaftler irren sich und die Mystiker der Welt haben die Wahrheit erfasst wenn sie mit so wenn sie da mit sachlichen Argumenten kommen mit aus ihrer Sicht überzeugenden Beweisen und so dann sind sie auch herzlich eingeladen zu kommen aber bitte ohne sachliche Argumente ist das natürlich für uns uninteressant ja denn wir gehen ja nach Argumente Qualität und nicht nach Fantasie Qualität ja hier können sie alles anschauen hier nochmal die Kompetente das sollten sie immer gucken ist immer der neueste Stand wird immer irgendwo was verbessert ja und hier das sind ja eben das ist ja so die Mindestpalette der Experten die wir zu Talkshows empfehlen dass die Partei sie einladen sollte und ich hoffe halt immer noch dass dieser kluge Physiker der Professor der Physik den Bundesvorsitz der Partei übernimmt man wird sehen wie sich das entwickelt und es kann auch sein dass einfach etwas Gutes Wahrheitsorientiertes einfach in einer kranken kapitalistischen Gesellschaft einfach keine Chance hat hat vielleicht keine Chance ja und das Internet besteht sowieso aus lauter AfD-Fans also aus Rechtsradikalen und so weiter da haben wir vielleicht sowieso keine Chance im Internet haben wir zwar leider haben wir die Möglichkeit uns zu äußern aber wir haben das richtige Publikum nicht weil es quasi fast eine Spaltung der Gesellschaft gibt die ganzen rechtsradikalen Spinner und linksextremistischen Spinner und die ganzen esoterischen Spinner und die esospiro psycho quatscher und so weiter die die sind abgedrängt ins Internet die kriegen uns vielleicht mit aber bei denen haben wir auch keine Chance weil bei solchen Opfern das Kapitalismus haben wir halt einfach keine Chance und und die anderen in den anderen nämlich in den großen Medien wo in den nicht Online Medien sozusagen da hat sich der Kapitalismus festgesetzt mit seinen Pharmakonzernen Impfkonzernen Medizin Konzernen und Nahrungskonzernen und manipuliert von daher die Journalisten und Politiker durch also wahrscheinlich haben wir da in beiden Sphären der Gesellschaft haben wir keine Chance in den Online Medien und in den Nicht-Online Medien haben wir wahrscheinlich in beidem keine Chance weil beide sind besetzt durch den Kapitalismus und durch manipuliert durch den Kapitalismus und vielleicht ist einfach der Kapitalismus grundsätzlich stärker als wir je sein können ja und von daher ich glaube das war's und wie gesagt noch einmal in Zukunft werde ich Naturwissenschaft lehren in den Talkrunden und nicht mehr versuchen auf die Zentralirrtümer der Esoterik einzugehen nur wenn sie als Gegenargumente gegen meine naturwissenschaftlichen Unterricht Naturwissenschaft ab 1980 das ist das wofür Weltrat und Next Scientist for Future stehen und alles andere außerhalb können sie vergessen als Pseudonaturwissenschaft gelehrt an Pseudouniversitäten und so weiter und wir müssen aus den Pseudouniversitäten durch die Reformen erst wieder echte Universitäten machen zum Beispiel hier durch die Universitätsreform die hier angedeutet ist wo ist es hier zum Beispiel hier Paragraf das ist wahrscheinlich dann Paragraf Nummer die Wissenschaft Forschung und Lehre unterliegen den ethischen Maßstäben der Gesellschaft und sind verpflichtet dem Gemeinwohl zu dienen sind verpflichtet nicht den Konzernen zu dienen dem Kapitalismus zu dienen sondern dem Gemeinwohl zu dienen der Bund und die Länder müssen unter anderem die wirtschaftliche unabhängig von Wissenschaft Forschung und Lehre gewährleisten das heißt dass niemand eine Universität besuchen darf der zu einem Konzern gehört oder ein Lobbyist ist oder was auch immer damit das alles sicher gewährleistet wird werden die Forschungsergebnisse der einzelnen Wissenschaftler in der Region angewandt und nur soweit wie dies Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen und Wohlstand der ganzen Regionsbewohner verbessert bewiesenermaßen werden Verdienstzuschüsse ausgeschüttet die Karriere jedes schädlichen Wissenschaftlers wird so zuverlässig beendet weil wenn der kaum noch Geld kriegt oder nur noch ein Mikrogehalt kriegt von dem quasi gerade so eben leben kann aber sonst nichts dann wird er schon aufhören diesen Schrott also diese Pseudowissenschaft weiter zu betreiben dann werden werden wir den loswerden hoffentlich möglichst schnell weil ja dann auch Ranglisten von Wissenschaftlern geführt werden und keine Universität wird sich dann mehr als leisten können diese Loser der Wissenschaft noch diese Pseudowissenschaftlichen Loser noch beschäftigen zu können Sie sehen es hier in der Partei die kompetente Partei des Gemeinwohls ist an alles gedacht Grundidee der Partei des Gemeinwohls ist ja Profite auf Kosten der Menschen und der Menschheit werden nicht mehr zugelassen damit ist eigentlich alles gesagt ja das ist Gemeinwohl Gemeinwohlorientierung Gemeinwohlgesellschaft und so weiter ja das war's für heute tschüssi bis bald bis bald tschüssi bis bald und so weiter